2019 war ein großes Jahr für Glashütte Original, denn da haben sie den CQ Diver vorgestellt. Vor kurzem gab es dann ein Update bzw. eine Ergänzung der Serie mit dem CQ Chronographen. Und was das Teil unter Makro und auch sonst so kann, das gucken wir uns heute an. Den CQ Diver hatte ich ja schon auf meinem Kanal im Blau im Review, damals noch am Bigger See. Und ich finde, der Chronograph unterscheidet sich auf dem Blatt Papier erstmal kaum von dem normalen Diver-Modell. Der Durchmesser von 43,2, die Lack-to-Lack-Länge und auch der Abstand bei der Bandbreite ist identisch mit dem normalen Diver. Nur in Bezug auf die Höhe hat der Chronograph dann aber mit 16,95 mm etwas mehr auf den Rippen. Merkt man das am Arm? Im direkten Vergleich vielleicht. Aber als ich das Modell jetzt einzeln anprobiert hatte, habe ich es immer noch als sehr gut tragbar empfunden. Gut, ich selbst trage auch immer sehr gerne den 45 mm Avenger Chronograph. Trotzdem, dank des abgerundeten Gehäuses, ist die Uhr an meinen 18,5 cm Handgelenken immer noch sehr gut zu tragen. Und ein Teil von der Höhe kommt halt auch von dem stark gewölbten Saphirglas. Also im Großen und Ganzen, denke ich mal, kommt man damit noch ganz gut klar. Wie schon beim CQ Diver, mag ich auch beim CQ Chronographen das Design. Glashütte Original hat sich einfach sehr schön an der Vergangenheit orientiert und somit dann auch im Großen und Ganzen ein sehr schönes eigenständiges Design geschaffen, was für mich jetzt auch mittlerweile Glashütte Original typisch ist. Ebenso Glashütte Original typisch ist dann auch die Verarbeitung. Auch diese ist wie gewohnt bis ins kleinste Detail top. Sei es jetzt die Indizes, das wirklich schöne blaue Blatt oder das Gehäuse als solches. Ich kann da einfach nicht meckern und das gleiche gilt dann auch fürs Werk. Das Kaliber 3723 ist selbstverständlich ein Inhouse-Werk von Glashütte Original, schlägt mit 4 Hertz und hat eine Gangreserve von 70 Stunden. Wie beim normalen Diver haben wir dann auch hier eine Siliziumspirale verbaut. Dementsprechend muss man sich um Magneten auch bei dieser Uhr nicht ganz so viele Sorgen machen. Und glaubt mir, es hat einiges zu bieten. Auf der einen Seite natürlich das typische Panoramadatum, was wir auch von der normalen großen CQ kennen. Der Wechsel dessen geht sauber vonstatten und wird über die Krone bedient. Und ja, es ist ein Schaltrad-Chronograph, aber nicht nur das, es ist auch ein Flyback-Chrono. Braucht man das jetzt wirklich beim Diver? Naja, eigentlich nicht. Und man braucht auch nicht unbedingt ein Panoramadatum oder allgemeinen Chronographen bei einer Taucheruhr. Aber ich find's schön, dass man eben kann, wenn man will. Und genau das macht die CQ doch auch aus. Finde ich zumindest. Glasfütte ist mit dem Modell auf jeden Fall einfach all in gegangen. Das merkt man dann auch da dran, dass auch der CQ-Chronograph ein DIN 8306 zertifizierter Diver ist. Und der eine oder andere wird jetzt sagen, ja Torakonsti und was heißt das jetzt? Ich glaube, ich kann euch da weiterhelfen. Die Norm fordert im Endeffekt, dass eine Taucheruhr, die nach diesem Standard zertifiziert wurde, mindestens eine Wasserdichtigkeit von 200 Metern hat. Die CQ hat 300 Meter. Und dass diese dann beim Testen mindestens zwei Stunden lang in dieser Tiefe verbleiben muss, ohne dass sie dann funktionell beeinträchtigt wird. Zudem muss sie über eine Lünette verfügen, welche sich nur in eine Richtung drehen lässt, sowie über eine durchgängige Minutenmarkierung auf der Lünette, in der alle fünf Minuten optisch abgesetzt sind. Und natürlich muss die Uhr dann auch noch aus einer Entfernung von 25 Zentimetern in der Dunkelheit gut ablesbar sein, was bedeutet, dass Zeigerindizes und auch der Orientierungspunkt auf der Lünette mit Leuchtmasse befüllt sein müssen. Und natürlich leuchtet auch der CQ-Chronograph blau. Die Norm fordert übrigens auch, dass die Uhr stoßsicher und antimagnetisch sein muss und sie muss 24 Stunden im Salzwasser unbeschadet überstehen. Und zu guter Letzt muss sie dann noch gewissen Temperaturschwankungen widerstehen und mit einer Ganggenauigkeit von mindestens minus 4 bis plus 5 Sekunden laufen. Jetzt aber mal Hand aufs Herz, meine Lieben, wusstet ihr das? Ich bin ehrlich, ich wusste auch nicht alles, ich musste es mir auch nochmal zurechtsuchen über Google und so weiter, aber ich fand es interessant, was die Norm so alles fordert. Ihr habt es ja schon in den Aufnahmen gesehen, meine Lieben, ich habe dieses Mal von Glacito Original eine Variante am Textilband mit Fallschließe zugeschickt bekommen, was nicht schlecht ist, aber ich persönlich würde dann doch eher die Variante am Kautschukband und noch lieber am Stahlband bevorzugen. Das Stahlband passt, finde ich, einfach noch einen Tick besser zur Uhr. Ihr habt auch die Feinverstellung in der Schließe, das könnt ihr euch auch angucken beim Review vom CQ Diver, den ich gemacht habe. Ja, zu dem Glacito Original, wenn ihr zuhört, ein blaues Kautschukband, was dann auch zu dem blauen Blatt passen würde. Das fände ich auch noch richtig interessant für den CQ Chrono. Ihr merkt schon, meine Lieben, ansonsten habe ich nicht viel zu meckern. Ihr bekommt für 15.400 Euro Manufaktur-Chronographen-Made-in-Glashütte. Es ist ein Schaltrad-Flyback-Chrono plus Panoramadatum dabei. Natürlich ist der Ticker schon recht präsent am Arm, aber das muss man mögen und das weiß man vorher. Anprobieren würde ich euch auf jeden Fall nahelegen. Technisch, handwerklich auf jeden Fall interessant. Aber jetzt bin ich auch wieder gespannt auf eure Meinung. Was haltet ihr vom CQ Chronographen bzw. hattet ihr ihn schon mal am Handgelenk? Teilt auf jeden Fall eure Meinung und Erfahrungen mit der Community und mir unten im Kommentarfeld. Ich freue mich immer darauf, mit euch da unten zu schreiben. Und natürlich hoffe ich auch wieder, dass euch der Review gefallen und Spaß gemacht hat. Und wenn dem so war, freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben und ein Abo, wenn ihr nicht schon längst dagelassen habt. Vielen Dank dafür! Aber das war es dann auch schon wieder für heute, meine Lieben. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Sage bis dahin Goodbye und auf Wiedersehen, euer Konstantin. Macht's gut! Ciao! 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 Untertitelung. BR 2018